hallo und herzlich willkommen egal in dem es ist wieder soweit wir acten jetzt auf das neue scg gut ist schon ein paar tage her aber wir schauen uns an was die letzte woche wieder in lustigen twitch und youtube streams passiert ist und ihr wisst bescheid lasst da gerne ein däumchen da bei scg und ein kommentärchen in den bock habt aber jetzt legen wir los hat bock auf dem clip germany wir haben bock auf dem clip germany wir haben anscha oder macht es wieder nicht so leid oha 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 mit ansage auch noch es gibt batterien zum aufladen aber nicht für meine lichterketten wieder aufladbare batterien habe ich noch nie in meinem ganzen leben gehört was sind wieder aufladbare batterien war ich ja hier voll die große stromrechnung oh mein gott so bin ich aufgewachsen wir haben die immer wieder aufgeladen weil es schwabe kauft man keine neuen ja man tut die immer wieder verwenden was passiert ja pass auf wegen den hügel und so ne ich sag dir an ich sag dir an 3 2 1 und los er war schneller so ob es nicht schneller habe ich auch das ist doch der 3 auf jeden fall irgendwo dabei sein wie hoch können deine pferde reiten wie hoch das ein fett geht rückwärts alle pferde gehen hoch durch die wolken bringt ein licht der himmel wird klar du erkennst das zeichen nichts ist mehr so wie es früher war krass ist bei dir auch wirklich alles in ordnung bei mir na klar wieso nein ich das steht da steht im text ach so neuer leeren flaschenwasser nice er hat h2 ohne Wie das Model da einfach hängen geblieben ist, manchmal bleibt das so hängen. Lassen Sie mich in Ruhe! Da, ein Blick! Oh, 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 oh! Oh mein Gott! Die ist unter das Rad gekommen! Was war so lustig? Das geht in Richtung Sirene! Regel Nummer eins übrigens, wenn man moderiert, das Mikro niemals abgeben. Das ist Regel Nummer eins. Ich sag dir, den Fehler habe ich einmal gemacht. Du kriegst es nicht wieder, ich schwör's dir. Und dann labern dich alle von der Regie aufs Ohr. Nimm ihm das Mikro weg, nimm ihm das Mikro weg. Wir müssen in Zeit bleiben. Kundenintegration jetzt. Du musst rübersteigen zu Bram. Er hat leider recht, er hat leider recht. Liebhaber der Magienspraw, bitte applaudiert für den einen, der einzigen, den großartigen Magier, Edward! Badabum, badabum! Edward? Oh! Okay, das war gut getimed! War das jetzt Chat oder war das jetzt das Spiel? Ich glaube, das war Chat! Oh mein Gott! War der Chat? Das konnte ich, also du schiebst dir das ja in die Nase und dann rasiert das Zeug, aber ich hab danach immer, es kitzelte wie sonst was. Ich konnte das nicht aushalten und mit dem Manscaped Nasentrimmer ist das ganz schön nice. Also das ist aushaltbar, sehr gut aushaltbar. Deswegen, wenn ihr auch Bock habt, ja, alle Manscaped Produkte, insbesondere das Performance... Hallo, du bist so langsam und du blockierst den Weg! Sorry, so besser? Oh, du bist genauso schnell, du bist trotzdem noch langsamer als ich! Nee! Doch! Was soll ich tun? Tudi, Tudi! Oh Gott! Ich bin auch gut! Oh, der hat so ein Rad geschlagen! Mit Katze! Katze, süß! Oh, süß! Tudi, tu das weg! Nein! Weh, du erschießt sie! Canceled! Du aus! Canceled! How dare you! Wer hat solche Gedanken im Kopf? Ich hab zwei neue Entdeckungen aufgeteilt. No way! Minecraft-Youtuber, und dann Schirmen! Jaaa! Oh mein Gott! Das ist gar nicht mehr! Das Spiel ist lustig! Weil ich müsste jetzt auch mal spielen! Ich glaub, die wollte in die Küche gehen. Ich wohne in den Schloss oder was? Naja, sie kommt halt nicht so schnell weg aus der Küche. Das liegt an der Herdanziehungskraft. Das dauert jetzt einen Moment! Badum! 250 Gramm! Und auf 100? Sind wohl alle jetzt draußen, I guess! Es ist halt keine Steckverpackung, sondern die ist halt offen! Ja, jetzt sind es nur noch vier Stück! Da ist ne! Meine ganze... Oh mein Regen schmilzt so schnell, ne? Oh! Ich mein, noch geht's! Noch geht's! Noch ist der Laden nicht voll! Wann seh ich denn? Achso, okay! Ja klar, wenn die sich hier anstellen, dann stehen die hier! Was? Okay! Auch ein wichtiger Satz! Krasse Brille! Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Das ist sehr schön, dass du heute meine Brille erwähnst! Ich hab nur gewartet, bis jemand meine krasse Brille erwähnt! Denn diese Brille hab ich eigentlich nur aus einem ganz bestimmten Grund an! Weil eure Schönheit mich blendet! Uuuuuh! Dankeschön! Peekaboo! Detroit become human. Alles gut. Du musst keine Angst haben, Chat. Alles ist eh. War Detroit become human? Wirklich gruselig? Pause. Du bist meine Pause-Taste. Ich kann mich nicht erinnern, dass es gruselig war. Das geht ihm alles nicht schnell. Gut los, ja. Der wird bis maximal hierhin fahren und dann zieh da rüber. Hundertprozentig. Ich hab's im Blut. Oh Gott, wenn ich sowas so krieg ich Panik. Wenn ich das sehe. Da hat jemand wohl seine Pizza bekommen und nichts mehr gemacht. Das ist kein Frisbee. Was war das? Oh mein Gott! Nein, es ist nicht okay, Pasti, es tut mir leid. Man hat's nur gehört. Ich hab einen fetten Arsch. Zeig mal, was dein fetten Arsch so geleistet hat. Der Stuhl ist kaputt. Endlich. Okay, der Stuhl ist aber auch schon ein bisschen drüber, muss man ehrlich sagen. Und war schon, ich hab schon fast irgendwie den Code bei dir gesehen. Der hält länger. Oha. Aber die sieht gar nicht so XXL aus. Vielleicht, weil ich auch noch rechte Schuld. Weil du einfach fett bist. Schwarz. 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 Difi-Bri-Lin. Difi-Bri-Lin. Ist das ein E oder ein E? Ey, warte. Difi-Bri-Lin. D... 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 Girls. Ich könnte auch Difi sagen. Was ist ein Difi-Dif? Warte, warte. Difi-Bri- Suki. Suki, du kannst das. Difi-Bri-Rat. Was? Warte. Wie heißt das denn? Suki. Es ist ein Defi. Defi-Bri-Bri-Bri-Bri-Bri-Rat. Oh mein Gott. Alles okay? Ich nehme mir den Katzenstuhl. Und meine Katze darf Stuhl. Ja? Du hast auch richtig. Katzen sind die Queens. Die bekommen alles. Aber was mit ihr? dass wenn man schlecht im Bohlen ist, ist man dafür gut im Bett. Ich auch nicht. Gut, dass ich immer so gut im Bohlen bin. Oh scheiße, als ob das jetzt passiert nach dem Spruch. Oh nein. Ja, weißt du Bescheid. Der geheime Guide, um auf jeden Fall in Streamclips Germany zu kommen. Step Nummer 1. Schreie dreimal Penis in die Kamera. Step Nummer 3. Dreh dich dreimal im Kreis. Step Nummer 4. Einmal mit den Bobas wackeln. Du bist halt wirklich zum Kotzen und du kommst... Oh. Was? Warte, er hatte keine Hose an. Er hatte keine Hosen an. So. Warum habe ich nicht genauer hingeguckt? War gar nicht drauf geachtet. Was hat er gerade 3.000 gekostet? Was? Ich wollte gerade einen Kühlschrank kaufen. Was hat er gerade? 3.000 Euro gekostet. Für die Kunden. Die haben wegen unserem Dönerfleisch durchfahren bekommen. Alter, keiner nutzt das scheiß Klo. Das sind doch nur Deko-Elemente. Natürlich. Klo ist wichtig. Ganz ehrlich. Klo ist wichtig und richtig. Erst mal Ariana Grande. Sex! Alles gut? Was ist los? Ach du, es ist alles okay. Okay, komm. Komm. Ja, Leitstelle informiert, könnte aber auch dementsprechend unten die Häuser... Das sieht ein bisschen schmerzhaft aus, aber sie wird durchkommen. ...in einen Raum, der normalerweise fest verschlossen ist. Hält man sich so zehn Sekunden die Pakete und alles und dann denkt sich der Cutter so... Wir sind hier in der Sicherheitskarte an diesem völlig normalen Tag, der so ist wie jeder Tag. Matteo? Alles Gute zum Geburtstag. Du war Chef Bonny. Alles Gute zum Geburtstag, ne? Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Das ist immer unangenehm, oder? Aber ich zwinge die Leute auch immer an die Situation. Hier? Ja, okay. Ich fühle mich mit der Maus gerade jahre, weil meine Haare genau so aussieht. So, wer ist nicht ready? Wir blamen jetzt die Person. Ich? Lol. Ich Idiot. Wir blamen jetzt die Person. Let's go. Ich bin nicht ready. Geht los. Können wir einfach machen, würde ich behaupten. So. Schauti, was gab es eigentlich bei euch im Stream? Habe ich gar nicht nachgefragt. Habe ich gerade ernsthaft die volle Ding in den Mülleimer geschmissen? Ich glaube schon. Was machst du, Oni? Ich nehme mir aus einer Packung Spaghetti so ein Packen Nudeln raus, die harten Nudeln, und dann schütte ich mir Maggi in eine Tasse und dann dippe ich die harten Nudeln in Maggi ein und lutschte das dann ab. Rosenkohl ist lecker. Boah, mir geht sowas herzauf, ne? Ich kann vieles akzeptieren, aber das geht zu weit, Oni. Es ist so beleid. Nein. Oh nein. Was? Was war das? Oh. Ich konnte es nie lesen. Meat, bring him. He wants meat. Achso. Scheiße. Oh nein, jetzt ist es da hinten. Ähm, ich will ja nichts sagen, aber No meat for us. Achso, ansonsten ließ ich mir vor vor eineinhalb Wochen, am Wochenende, ist sie mir explodiert. An dem Freitagabend. Ja, von hinten. In der Nacht. Von hinten ist explodiert. Mein Hund hat bestimmt eine Liter Dünnschiss geschissen, so flüssig, dass es bis unter mein Bett so gegangen ist. Oh Gott. Und es war so viel und so auch richtig dunkel und hat so gestunken. Da ist sie noch durchgelaufen. Da habe ich sie geholt, in die Wanne gesteckt und das sauber zu machen war das Schlimmste und dann hat sie die ganzen vier Tage nur gedünnschiss. Ich hätte den Hund einfach in die Waschmaschine getan. Vier Tage Dünnschiss. Was für eine Waschmaschine? Ich gehe auf den Link. Altersverifizierung. Dann drücke ich auf Abbrechen, dass ich nicht 18 bin und man kommt auf die Kika-Seite. Okay, das ist aber genial, oder? Liegt hier eine Falle? Nee, ne? Doch, bestimmt liegt da eine Falle. Nee, da liegt keine Falle. Da entspannet die vielleicht. September 7th. Ja, der hat mich genau, der Dumpscat mich auch richtig bekommen. Oh, das ist schlimm. Lecker. I learned how to inflict pain here for Lady Sha. Hm. Handbuch für Schöne. Handbuch für... Oh, ja, das geht auch echt auf die Nerven. Bist du fertig? Sie macht so lange Pausen. Es ist wirklich so nervig. Lady Sha's Embrace can soothe all Mottes. Ich fühl das. Pain. Ich weiß, dass der Sound weg ist. Wir reden gerade über Arschlöcher. Was? Herr Mitaschi, der Sound ist weg. Ja, wir reden auch gerade über Arschloch. Natürlich haben wir keinen Sound, dann wollt ihr Meeresmusik im Hintergrund, wenn wir über Arschlöcher reden. Ja, immer beruhigend. Intensiven und ernsten Ton haben. Ich sage, ich stream ohne Unterhose. Alle sagen, ich bin fetter Wichser. Oh Gott, oh Gott. Eine Pool-Streamer bemerkte plötzlich, wie ihr Scheiße aus der Hose macht. Sie konnte nur eines tun. Was? Die Scheiße abfüllen und als Merch verkaufen. Wie gut das passt. Wie gut das passt. Erik ist beim letzten Meeting uns allen befohlen hat. Sie. Das war ein Terner. Was? Was? Stimmten den Kohle-Song an und dachten dabei an Kronk, denn er würde genau das gleiche tun. Was? Er würde den Stream anwerfen und davon erzählen, wie er heute den schönsten Tag seines Lebens hatte. Er war happy. So ein positives Änder einfach. Hier, Wendy, da wollte ich gerade hingucken. Das hat echt gut gefasst. Oh. Oh, das hat sich nicht gut angehört. Haben wir was zum Wegfegen? Was wäre der Stream in Browser, der ich hätte intellektuell? Versucht sie, die Zunge zu drehen? Das kann ich auch. Das kann ich auch. Ich weiß aber nicht, ob ich es noch mit Zungenpiercing hinbekomme. Früher konnte ich das. Ja, das sieht ziemlich schief aus. Kann es auch nicht. Veranlagung. Ich kann hier so ein bisschen einknicken. Ich kann so ein bisschen v-förmig machen, so. Ich kriege es nicht mal so seitlich hin wie sie. Kann es nicht. Können nur manche Menschen. Dann gibt es die Oberlippenzumme. Das ist unten umklappen und dann die Oberlippe sozusagen als Zunge simulieren. Oberlippenzumme. Dann gibt es die gedrehte Zunge. Gerade gedreht. Die Aggressivzunge. Hier ist eine Red Bull-Dose. Und ihr müsst die Zunge benutzen. Das können aber nur Katzen. Nee, Katzen machen so. Oh Gott, immer gruselig. Was ist denn los, Frau Dracke? Auf den Weg! Hat jemand die Hose des Prinzen gesehen? Was sollst du da sagen? Meine Samen und ich verlassen uns auf dich. Wir brauchen deine Hilfe. Hier unten ist sehr viel zu tun. Ja, das kann man sagen dann. Ich komme auch aus Sachsen oder ein Verband, der gesichert rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingestuft wurde. Richtig, das ist glaube ich nicht das Argument, was du gerade machen wolltest. Na, was hast du vor? Was hast du drauf? Zeig mal. Elvenring muss ich auch noch fertig spielen. Oh Gott, wir sind. Na, was ist los? Ich glaube, der steht mir so gerade mehr lang. Der gibt vielleicht den Geist auf. Der hat keine Lust mehr. Er kündigt. Oh nein, alles aufsammeln. Ich war einmal in so einem... Das ist gerade ein blöder Ort, um stehen zu bleiben und zu reden. Moment. Reveal, Chad. Reveal, Chad. Reveal. Haben wir auch letztens gespielt. Dankeschön. Ähm. So. Das heißt, wir haben alle Schlüsse, Chad. Das heißt, wir können jetzt los. Was für so ausgelassen? Echt nicht los. Wow, 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 wow. Dark Inside Me. Wer ist der Entwickler? Ein Mann? Richtig. Oh. Du hast ihn umgebracht. Junge, er hat einfach eine eigene Zeitung gemacht. Twitch.tv slash Dimitogo. Ich bin ein Möchtegernreporter. Gönn jetzt einen Sub. Er hat einfach eine eigene Zeitung gemacht. Wer ist das gewesen? Ah, voll kreativ. Der junge Up-and-Coming-Streamer Dimitogo gibt mit seiner neuen Morningshow Moshi Moshi neue Wege. Der 29-Jährige will mit seiner neuen Produktion die TV-Landshow verändern. Stellt sich dem harten Geschäft der Früh auf Stehsendung. Hä, wie geil ist das denn? Lustig. Ich habe gar keine Pinsel. Was? Für den Malstream keine Pinsel? Okay, das ist belastend. Ähm, ich muss leider jetzt auf Toilette. Ich muss pibi. Ich hoffe, ihr müsst auch pibi, dass ich nicht so alleine bin. Dass ich nicht alleine pibi mache. Ja, muss immer jemand pibi. Ich möchte alleine pibi machen gehen, aber ihr wisst, wie ich meine. Outlast. Alter! Du Dreck-Sau! Auf Franzi, oder? Ich bin unschuldig. Ne, war nicht Franzi. What are you doing? Es ist rot! Ja, aber warum rennst du dann so halb weiter? Ah! 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 Was passiert? Ah! 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 Was war an? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Was soll ich tun? Nö! 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 Ah! Oh, er will dich ja gar nicht fühlen. Oh, das ist ne blanke Horror. Mach doch einfach auf die Gusche. Siehste? Nice. Gut, du trafst. Der arme kleine Kubus. Danke für alles. Bye-bye. Tschüss, tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen. Das war Louis. Tschüss, tschüss, tschüss. Mach's super, Louis. Das war wieder lustig, Leute. Auch diese Woche wieder SCG, die besten Clips der Streams aus YouTube und Twitch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vergesst nicht, ein Däumchen nach oben da zu lassen, ein Kommentarchen. Und ja, das war's mal wieder.